Am Ende eines erfolgreichen Europapokalabends macht das Reden darüber durchaus Spaß. Borussia Mönchengladbach hat im letzten Gruppenspiel in der Europa League gegen den FC Zürich kühlen Kopf bewahrt und einen verdienten 3-0-Erfolg eingefahren. Durch den ungefährdeten Sieg zog der Bundesligist als Gruppenerster in die K.O.-Runde ein. Vor allem die erste Halbzeit haben wir klar überlegt. Ich glaube, Zürich hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Ich glaube, den ganzen Spielen nicht, wo es gefährlich wurde. Wir wollten heute unbedingt zeigen, wie der Chef auf dem Platz ist. Das waren wir heute und haben auch für den 3-0 gewonnen. Bei einer Niederlage gegen den Ex-Club von Trainer Lucien Favre wäre Mönchengladbach aus der Europa League ausgeschieden. Doch im heimischen Borussia-Park waren die Fohlen über weite Strecken her im Haus und der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Patrick Herrmann und zweimal Branimir Högotta sorgten für die Tore und damit für den Gruppensieg. Er ist schön und er ist verdient. Er ist eine Abrundung der ganzen Pokalrunde, die wir jetzt gespielt haben. Wir haben jetzt im DFB-Pokal inklusive Europapokal zehn Spiele nicht verloren. Und deswegen wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn du heute diese fantastische Hinrunde in beiden Pokalwettbewerben weggeworfen hättest. Und deswegen freut es mich, dass die Mannschaft das durchgezogen hat und auch verdient Gruppenerster geworden ist. In der Runde der letzten 32 Mannschaften gehört Mönchengladbach nun zu den gesetzten Teams. Dennoch ist auch ein Hammerlos gegen die Absteiger aus der Champions League möglich und von dem ein oder anderen sogar gewünscht. Also natürlich wäre es, ich glaube, für uns Spieler auch ein Riesenerlebnis, mal in Liverpool spielen zu dürfen oder gegen den Astrom. Ja, aber wir nehmen, was kommt. Das Selbstvertrauen am Niederrhein ist groß und nach solchen Erfolgen wie in der Europa League macht selbst dem eher ruhigen Trainer Lucien Favre das Reden darüber eine Menge Spaß.